Ja, hallo erstmal von mir und danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute hier sein dürfen und etwas zu unserem digitalen Werkzeugkasten und neuen Arbeiten in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz mitgeben können. Vielleicht ganz kurz erstmal zu mir. Ich bin Antje Brost und seit jetzt fast drei Jahren in der Stiftung, angesiedelt in der Hauptverwaltung im Bereich des CIO und arbeite dort eng mit Johanna zusammen im Bereich des digitalen Arbeitens. Das heißt, wir konzipieren und implementieren Austausch- und Fortbildungsformate. Wir beraten Kolleginnen und Kollegen zu digitalen Tools und Methoden und wir selbst probieren auch neue Methoden aus und versuchen die dann auch in das Kollegium zu vermitteln. Genau, Johanna, dann würde ich gleich an dir das Wort übergeben. Genau, übernehme ich gerne an der Stelle Johanna Willner. Genau, Antje hat ja unseren Bereich schon vorgestellt und deswegen werde ich da jetzt auch gar nicht mehr viele Worte verlieren, sondern einfach direkt in die Präsentation einsteigen. Wir haben hier diesen schönen Titel gewählt, Welcome New Work. Wie verändern wir den Raum für digitale Zusammenarbeit? Wir sind Mitarbeitende der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und noch sehr weit von dem entfernt, was andere unter New Work verstehen würden. Trotzdem versuchen wir da etwas näher ranzukommen und das tun wir bei uns in diesem Fall über die digitalen Tools. Genau, diese Ansicht mit den Werkzeugen hatte Ralf ja vorhin schon vorgestellt mit unserem Werkzeugkasten. Darauf wollen wir jetzt ein bisschen näher eingehen und uns da einmal kurz vorstellen, warum sind wir dieses ganze Thema Werkzeugkasten eigentlich angegangen? Wie stellen wir uns das überhaupt vor? Was ist dieser Werkzeugkasten, von dem wir die ganze Zeit reden denn eigentlich? Und dann nochmal einen Schwerpunkt drauflegen, wie begleiten wir den? Also diese kommunikative Begleitung, die Felix ja auch für das Social Intranet vorgestellt hatte, nochmal übertragen auf den Werkzeugkasten im Allgemeinen, was dann schwerpunktmäßig mehr bei Antje und mir liegt. Das werden wir auch nochmal vorstellen. So, genau. Jetzt genau die Frage, warum gestalten wir die digitale Zusammenarbeit in der SBK denn überhaupt neu? Dafür gibt es verschiedenste Rahmenbedingungen und Gründe. Wir sind als Stiftung über ganz Berlin verteilt, also räumlich tatsächlich verteilt über ganz Berlin, haben ungefähr 2000 Mitarbeitende, sind fünf Einrichtungen und eine Hauptverwaltung. Das heißt, sie sind wahnsinnig verstreut. Dann kam die Pandemie, über die ich jetzt gar nicht hier groß reden möchte, aber die hat es in der Stiftung sehr stark beschleunigt, dass wir jetzt einerseits eine Ein-Geräte-Strategie haben, die einfach sagt, wir versuchen nicht mehr zwölf Geräte zu haben, sondern wirklich ein Gerät pro Person und dass dieses Gerät ist in der Regel ein Laptop. Und das hängt dann ein bisschen auch mit der Dienstvereinbarung mobiles Arbeiten zusammen, die eben den Mitarbeitenden der Stiftung gestattet, einen Großteil ihrer Arbeitszeit im mobilen Arbeiten, also sprich im Homeoffice oder im Café oder wo auch immer zu verbringen. Und dann die SPK-Reform, die uns auch begleitet und die einfach ein großes Thema ist, weil sie zu vielen strukturellen Veränderungen führt. Genau, das sind also die Rahmenbedingungen, die uns dazu gebracht haben, dieses ganze Thema digitales Arbeiten von einem müsste man auch mal machen, Thema zu einem zentralen Thema zu machen. Mit diesen Umstrukturierungen ging auch einher, dass wir einen CIO haben, einen Chief Information Officer, Herrn Herzberg, das ist Antjes und mein Direktor-Vorgesetzter, der eben dieses Thema sehr stark begleitet. Genau, die Frage war dann, wir brauchen diesen digitalen Raum, um zu arbeiten, wir brauchen den verstärkt, wir wollen den anders gestalten, wir wollen den auch agiler gestalten, als die Arbeit bisher ist. Das passt so ein bisschen auch zu dieser Kraft der zwei Systeme von Cotter, dass wir eben sagen, ja, wir sind eine sehr hierarchische Organisation, die sind wir auch nach wie vor, nicht, dass hier eine falsche Einordnung entsteht, aber wir wollen dieses kollaborative Arbeiten, wollen wir etwas beweglicher gestalten und da eben mehr in den Bereich des Netzwerks kommen. Genau, um dieses zeitgemäße kollaborative Arbeiten stiftungsweit zu ermöglichen, das ist so die Vision, die wir diesem Werkzeugkasten gegeben haben, dazu gehören dann Punkte, dass wir Inhalte und Infrastruktur allen gleichermaßen zur Verfügung stellen können, das ist ein Punkt dieser Vision, dass wir eine enthierarchisierte digitale Kommunikation haben möchten, die eine neue Führungs- und Kommunikationskultur unterstützt, das ist ja auch das, was Achim Bonte in die Staatsbibliothek sehr stark mit reingebracht hat und was ja auch mit anders war, dieses Social Intranet so schnell und erfolgreicher auch umzusetzen. Genau, das wichtig war uns von Anfang an, dass wir ein solides Schulungskonzept erarbeiten, damit wir eben alle KollegInnen, die Interesse an diesem Arbeiten haben, das auch können. Grundlage ist für all dieses Sicherheit und ein verantwortungsvoller Umgang mit Daten, Datenschutzkonformität natürlich, und dass wir da eine gute Basis haben, da wird eigentlich gleich auch nochmal was zu sagen. Genau, was so ein bisschen offen noch ist, ist, dass wir in der SPK natürlich vernünftig kollaborativ zusammenarbeiten wollen, aber mit extern natürlich auch, der Punkt ist noch offen, den hatte Ralf auch schon vorgestellt bei dem Ausblick, das ist in Arbeit. Genau, und wie dieses niedrigschwellige, nutzerinnenfreundliche, anschlussfähige, große Konzept des Werkzeugkastens dann aussieht, wird Antje jetzt einmal vorstellen. Genau, also mit dem digitalen Werkzeugkasten, der Name ist ja jetzt oft gefallen, versuchen wir eben der Vision Gestalt zu geben. Ja, wie ist der eigentlich entstanden? Also es hat sich eine sogenannte AG-Tool-Strategie formiert. Das waren oder sind auch immer noch Stakeholder aus allen Einrichtungen der Stiftung. Somit hatten wir da eben verschiedene Expertisen und Perspektiven direkt von Anfang an an Bord. Genau, das Ziel der gemeinsam erarbeiteten Tool-Strategie in dieser AG ist es eben ein, oder war es, eine stiftungsweit einheitliche Basis der zu nutzenden digitalen Kollaborationstools zu schaffen. Und die Ausgangslage, ja, als Ausgangslage haben wir natürlich erstmal den Iststand erfasst. Was haben wir da eigentlich? Es wurde sehr schnell klar, dass die Startbibliothek dort am besten aufgestellt ist, denn Ralf hat am Anfang ja auch den Werkzeugkasten der Stavi gezeigt. Den haben wir sozusagen als Ausgangslage für den Werkzeugkasten genutzt. Haben den auch bereinigt, priorisiert und genau, dann uns dort entschieden, ja, welche Tools wollen wir jetzt im Betrieb und im Rollout denn als erstes ausrollen? Besonders ja auch, wir haben auch nur begrenzte Ressourcen und müssen die eben gut einteilen. Und ja, da entstand es eben dann auch sehr schnell, dass sich die Tool-Palette dann auch stark verdichtet hat, sodass wir eben im Grunde für jede wichtige Funktion, die es eben benötigt für eine digitale Zusammenarbeit, dann und auch ein Tool anbieten konnten. Die Beschleuniger, das ist eben auch schon gefallen, die eben zum Ausbau oder Vorantreiben dieses Werkzeugkastens beigetragen haben, waren zum einen ja die Pandemie und dann eben auch noch, ja, dass wir eben den CIO seit zwei Jahren haben, der sich die IT-Konsolidierung und das kollaborative Arbeiten eben auch auf seine Agenda geschrieben hat. Und so, dass es eben externe und interne Faktoren gab und auch immer weiter geben wird, die eben auch auf diesen digitalen Werkzeugkasten Einfluss nehmen. Genau, die Tool-Strategie der Werkzeugkasten ist natürlich jetzt auch nicht fertig. Das kam jetzt ja auch schon mehrfach zur Sprache, dass es je nach technischen Weiterentwicklung und auch Bedarfen aus dem Kollegium immer weiter angepasst wird und eben doch langfristig weitergedacht wird. Ja, und im Kern ist der Werkzeugkasten einfach nur eine simple Tabelle. Das sieht man einmal hier, wie wir den eben aufgestellt haben. Der wurde eben in dieser Form allen Mitarbeitenden zentral über das Intranet zur Verfügung gestellt. Es wurden auch Informationsveranstaltungen angeboten, um das vorzustellen. Und genau, er bietet eben damit einen Überblick über alle bereits vorhandenen oder auch perspektivisch zur Verfügung stehenden Tools samt aller relevanten Informationen, die eben für die Mitarbeitenden wichtig sind. Das heißt, ist das Tool verfügbar? Wie erfolgt denn der Zugang? Wo erhalte ich Support oder bekomme ich Schulungsmaterialien? Also wir haben halt hier eben an dieser Ansicht das Set an Standard-Tools, die wir hier definiert haben. Das sind also sozusagen die Must-Habs, die wir brauchen, um digital zusammenarbeiten zu können. Es gibt aber auch noch eine Palette an Optional-Tools, die dann je nach Bedürfnissen im Team oder in der Einrichtung dann auch noch genutzt werden können. Kannst du gleich noch weitergehen, Johanna? Zumindest bei mir sieht man das noch nicht. Genau, und es ist jetzt auch schon mehrfach gefallen, dass wir ja da auch verschiedene Kriterien, ja, dass unsere verschiedene Kriterien wichtig sind, die bei der Auswahl der Tools eine Rolle spielen. Zum einen, ja, dass es eben Open-Source-Tools sind, größtenteils, weil wir natürlich da von den zahlreichen Vorteilen freier Software profitieren, Kostenersparnis, offene Schnittstellen, Unabhängigkeit von kommerziellen Anbietern, das wurde ja auch gerade schon ganz gut deutlich, oder eben auch die Anpassung der Software. Genau, dann für uns als Bundesunmittelbare Stiftung, das wir jetzt auch schon ein paar Mal, ist es eben besonders wichtig, dass wir, ja, dass wir eben die Anforderungen an Datensicherheit und Datenschutz umsetzen. Das heißt eben auch, dass nach Möglichkeit die Tools größtenteils bei uns selbst gehostet werden und nicht auch in kommerziellen Clouds liegen. Und, ja, letztlich ist es dann natürlich auch die technische Bedienbarkeit und der Funktionsumfang, Skalierbarkeit und so weiter, die da auch noch eine Rolle spielen bei der Auswahl der Tools. Und, ja, das haben wir alles einmal durchexerziert sozusagen und sind dann bei einem Toolset für die gesamte Stiftung gelandet, die wir eben allen unseren Mitarbeitenden anbieten können. Das sind dann Tools für die Zusammenarbeit. Einige davon sind jetzt auch schon gefallen. Also für Chat- und Videokonferenzen nutzen wir WebEx. Für, ja, sozusagen den digitalen Notizzettel, den kollaborativen, das Etherpad von Hedstock. Mit der E-Akte erfüllen wir sozusagen, ja, erfüllen wir unsere Verantwortung, dass wir eben dokumentenbasierte Workflows und Veraktungen vornehmen können. Und, genau, zum Social Internet wurde ja eben auch schon viel gesagt. Und jetzt in der Testphase befindet sich das Online-Office, das wir auf der Nextcloud realisieren, genau, das dann eben ein kollaboratives Zusammenarbeiten mit Dokumenten möglich macht. Dann haben wir eben die Tools für das Bereitstellen von Informationen und Daten. Also das ist ein temporäres File-Sharing über die Nextcloud. Das sind Wiki-Tools und das Social Internet. Und letztlich auch, das fehlt auch schon eben zum, für visuelles Projektmanagement, das Kanban-Board mit, oder Kan-Board, mit dem man eben digitale Kanban-Boards erstellen kann. Genau. Und auch hier für die Stiftung gilt eben auch das, was für die Startbibliothek gilt. Wir versuchen da natürlich auch die, ja, den Werkzeugkasten zu reduzieren. Und soweit das Social Internet dann als zentrale Kommunikationsplattform eingeführt wird, ist es eben auch vorstellbar, dass es sozusagen als Knotenpunkt dient und von dort aus eben verschiedene Tools oder Funktionen aufrufbar sind, integrierbar sind. Also zum Beispiel das Kan-Board oder das Wiki, sodass wir dann eben auch die reduzierte Werkzeugpalette haben. Ja, auch wenn wir jetzt unseren Mitarbeitenden schon so einen umfangreichen Kasten an die Hand geben können, gibt es dennoch Desiderate. Also das fehlt jetzt ja auch schon mehrfach, dass wir eben dadurch, dass wir es im internen Netz anbieten, mit externen nicht zusammenarbeiten können. Dass ja gerade für kreative Zusammenarbeit, sprich Brainstorming, Design Thinking und so weiter, da auch ein digitales Whiteboard wünschenswert wäre. Und dass eben auch die Tools noch besser miteinander verknüpft sein könnten. Also größtenteils funktioniert es noch über Verlinkungen. Aber ich denke auch, dass das für die Akzeptanz bei den Mitarbeitenden ein großer Gewinn eben sein kann, wenn die Tools eben noch stärker miteinander sprechen. Das wird ja auch schon angedacht, dass man Nextcloud-Only-Office-Dokumente dann eben auch im Social Internet integriert. Also an den Wünschen und Bedürfnissen sind wir auf jeden Fall auch dran und die spielen auch bei der Weiterentwicklung der Tools-Strategie eine große Rolle. Silvia, ich hoffe, du willst dich jetzt schon drängeln mit der Zeit und sich ganz schnell reden. Genau, weil wir jetzt zu dem Punkt kommen, der tatsächlich ja ein Kernpunkt ist, nämlich die Frage, wie wir das Ganze kommunikativ begleiten und wie wir ein, ich sag mal, Onboarding im Sinne von, wie bringen wir die Mitarbeitenden an diese Tools heran, das wohin führen wir die eigentlich, wenn wir sie an die Hand nehmen. Genau, und diese Kommunikation, wir nutzen dafür viele Kanäle, die uns zur Verfügung stehen. Das ist in erster Linie das Intranet. Das ist bei uns im Moment noch ein Typo 3-basiertes, statisches Intranet sozusagen, wo wir verschiedene Informationsbereiche anlegen, um die Mitarbeitenden informiert zu halten und die Sachen, die wir präsentieren, auch, dass die einen Ort haben, wo man sie finden kann. Da freue ich mich schon drauf, dass das demnächst dann in Social Intranet umziehen kann und da nochmal sehr viel lebendiger werden wird als an dem momentanen Ort. Genau, alle zwei Monate ungefähr erscheint ein interner Newsletter der Stiftung. Auch darüber informieren wir die Mitarbeitenden. Bei beiden Newsletter und Intranet wissen wir leider nicht, wie stark das rezipiert wird. Das heißt, wir können sehr schlecht feststellen, wie viele der etwa 2.000 KollegInnen wir tatsächlich erreichen können. Genau, über Webex haben wir einen Chat, wo wir so Themenräume eingerichtet haben zu den unterschiedlichen Tools, die wir in dem Werkzeugkasten haben, um da auch Fragen begleiten, beantworten zu können. Das wird sehr wenig genutzt, tatsächlich eigentlich immer nur im Anschluss oder im Zusammenhang mit Informationsveranstaltungen anderer Art. Canboard ist für uns ein sehr schönes Tool, an dem wir neue Sachen ausprobieren können. Es gibt das Modell der Canboard-ManagerInnen. In jeder Einrichtung ist eine oder mehrere Canboard-ManagerInnen ernannt, die sich darum kümmern, einerseits das Tool administrativ, also technisch-administrativ zu begleiten, aber auch Schulungen zu geben, für Fragen bereit zu stehen. Und aus dieser Gruppe der Canboard-ManagerInnen wurde von Antje angeleitet, sozusagen das Canboard-Café entwickelt, also ein Austauschformat, wo Use Cases vorgestellt werden, wo man Fragen beantworten kann und nochmal mit den anderen KollegInnen der Stiftung in den Austausch geht, wie man dieses Tool so nutzt. Außerdem gibt es im Intranet auch einen Bereich zu dem Canboard, der sehr ausführlich ist, wo einmal die Methode, die dazugehörende erläutert wird, das Tool selber und jetzt auch gerade im Aufbau befindlich so kleine Canboard-Tutorials, kurze Filme, wo das Tool nochmal in seinen Funktionen erklärt wird. Davon abgesehen gibt es das Peer-Learning, ein Peer-Learning-Format in der Stiftung, wo von Mitarbeitern für Mitarbeiter kurze Inputs gegeben werden. Das ist zu allen möglichen Themen. Wir nutzen dieses Format natürlich auch für die Tools, um diese in so Kurzschulungen nochmal vorzustellen. Also wie funktioniert der Chat in Webex oder eben das Canboard oder Kanban auch nochmal vorzustellen als Methode dahinter oder andere Methoden, die mit den Tools im Zusammenhang stehen oder stehen können und da genutzt werden. Genau, dieses Format wird sehr, sehr gut angenommen. Also wir haben in Veranstaltungen häufig etwa ein Zehntel der Mitarbeitenden, die daran teilnehmen, was für die Stiftung und auch für das Thema sicherlich schon ein sehr guter Anfang ist. Aber genau, das ist eben erstmal so ein punktueller Ansatz. Für die Kolleginnen bei uns, die sich das lieber nochmal in Ruhe durchlesen möchten oder sich das auch tatsächlich nochmal als PDF auf den Desktop legen möchten, gibt es einen Leitfaden für digitale Zusammenarbeit in der SPK. Da wird der Werkzeugkasten vorgestellt, die Tools. Da sind aber eben auch so Leitfaden und Anregungen mit drin, wie das, was Ralf vorhin gezeigt hatte, diese Entscheidungsbäume, welches Tool nutze ich eigentlich wann oder in welcher Konstellation, wie komme ich dazu, Absprachen im Team, wie kann das aussehen. Das wird in diesen Leitfaden auch alles nochmal aufgegriffen, aber doch relativ kompakt da zusammengefasst. Dann haben wir auf Anfrage machen wir auch so Workshops, die tatsächlich sehr tief dann einsteigen, wenn wir angesprochen werden von Projektgruppen beispielsweise. Wir haben die und die Herausforderung, mit welchen digitalen Tools können wir denn dem begegnen. Das ist dann sehr arbeitsintensiv, sowohl für die Teams, die die neuen Tools nutzen wollen, als auch für uns. Und das ist sehr punktuell. Das heißt, insgesamt fehlt uns noch so ein bisschen, dass dieses zielgruppenspezifische und strukturiertere von der Staatsbibliothek, die eben sagen, wir haben bestimmte Nutzergruppen und für die passen wir die Schulung entsprechend an. Mit dieser Vielzahl der Werkzeuge in den Werkzeugkasten ist es ein bisschen schwieriger und auch von den Ressourcen her für uns im Moment so noch nicht abbildbar. Das heißt, wir sind dabei, noch einen Weg zu finden, wie wir systematischer werden können und dass wir das Intranet, wenn wir dann im Social Intranet sind, noch stärker auch als zentrale Anlaufstelle und Lernplattform nutzen können und ausbauen können und dann eben auch stärker auf Wiederholungen setzen und Themen noch stärker vertiefen. Das sind so ein bisschen die Tesegerate, die wir im Moment an der Stelle noch haben. Genau, die Überschrift des Vortrags war ja Welcome New Work und wie wir hier den digitalen Raum verändern durch die neuen Tools. Und das ist natürlich die Frage, inwieweit die Tools das tatsächlich können. Bei dem Kanboard ist es ganz schön eigentlich zu sehen, weil da habe ich ein Tool, was, wenn ich es mit der dahinterliegenden Methode Kanban anwende, tatsächlich meine Art der Zusammenarbeit sehr stark verändern kann, wenn ich das denn möchte. Ich kann es auch mit anderen Methoden, wie Scrum zum Beispiel nutzen. Dann habe ich das als Sprintlog angelegt, kann meine Dailies vor diesem digitalen Board machen. Ich kann auch Retrospektiven darüber machen. Also ich kann es auch so ein bisschen zweckentfremdet, sehr weit gefasst und auch sehr stark ins agile Arbeiten gehend nutzen. Ich bleibe trotzdem Teil einer hierarchischen Organisation. Das heißt, es ist nur begrenzt der Weg in die agile Zusammenarbeit. Aber es kann zumindestens teamintern da schon sehr viel an der Zusammenarbeit verändern. Wenn man sich jetzt ein Tool anschaut, wie Videokonferenzen, was für viele bei uns in der Stiftung zumindestens jetzt mit 2020 beginnend noch relativ neu ist, dann verändert das die Zusammenarbeit sehr stark, weil eben viele Meetings nach wie vor digital stattfinden, was ein totaler Gewinn ist, weil wir diese weiten Anfahrtwege nicht mehr haben, als ein Beispiel. Es ist aber kein Tool, was jetzt mit einer neuen Methode, die dazugehört, daherkommt und deswegen irgendwie unsere Zusammenarbeit stark verändert. Ich kann es aber natürlich als Anlass nehmen und sagen, ausgehend von unseren sowieso veränderten Meetings, lasst uns doch mal grundsätzlich darüber sprechen, wann wir Meetings wie machen wollen. dafür ist es eben wichtig, dass man sich im Team dazu verständigt, wie wollen wir eigentlich künftig zusammenarbeiten und das ist auch was, was mit dem Social Intranet ganz stark passiert. Also diese ganze Frage der veränderten Kommunikation, der veränderten Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, wie wir miteinander reden, aber auch und wie wir das organisieren. Genau, das ist auch schon die letzte Folie, die einfach nochmal zeigen soll, dass wir eben auch im Rahmen der Toolstrategie und des Werkzeugkastens versuchen, diese neuen Arbeitsmethoden auch zu integrieren, das heißt, versuchen, Feedback einzusammeln, was auch mal mehr, mal weniger gut gelingt, dass wir auch schauen, ja, auf unsere eigene Arbeit schauen, wie laufen die Prozesse, die Modelle, die wir uns so überlegt haben und die eben evaluieren und bewerten, Angebote anpassen. Das fiel jetzt ja auch schon mehrfach, den Werkzeugkasten halt nicht statisch betrachten, sondern auch ein bisschen als, ja, also es läuft einfach je nach Bedarf und technischen Innovationen weiter. Wir versuchen selber eben viel zu nutzen, damit wir auch viel vermitteln können, sind da auch mit Stakeholdern in allen Einrichtungen im Austausch, versuchen eben darüber, das Feedback zu sammeln, Netzwerke zu etablieren, um das Arbeiten mit diesen Tools eben stärker voranzutreiben. Genau, und ja, das war jetzt so ein kleiner Einblick, also die Stiftung wird kein Start-up, will es, viele wollen es, würden es auch nicht werden wollen, aber wir möchten natürlich schrittweise, nach und nach, das hat das heute vielleicht auch gezeigt, neue Methoden und Tools einführen, um die Arbeitsweise eben, ja, kollaborativer, transparenter und flexibler zu gestalten. Ja, das ist gut, wie wichtig ist, wie wichtig ist, wie wichtig ist, aber wie wichtig ist, dass, wie wichtig ist, wir können Sie, das auch nicht mehr für sieть. Vielen Dank.